Wissen Sie eigentlich, was Ihnen als Betroffener in einer Zwangsversteigerung am meisten fehlt? Geld oder Zeit? Ganz falsch. Es ist ein kleines, aber wichtiges Wort mit drei Buchstaben. Mut. Vor einigen Jahren habe ich einen Anwalt darüber beraten, wie man eine Zwangsversteigerung in die Länge ziehen kann. Er bekam ganz große Augen, denn diese Tricks und Kniffe kannte er noch nicht. Ein paar Jahre später traf ich ihn wieder. Er wäre mir vor Wiedersehensfreude fast um den Hals gefahren. Voller Bewunderung fragte er mich, woher ich wüsste, wie man eine Zwangsversteigerung derart zuverlässig und schier endlos in die Länge ziehen könne. Er als Jurist habe das vorher nicht gewusst. Ich erzählte ihm, woher ich mein Wissen habe. Ich war nämlich mit einem schwerreichen Immobilienbesitzer befreundet, der mich über die Schulter gucken ließ. Er hat reihenweise Projekte aus der Zwangsversteigerung herausgeholt, übrigens seine eigenen. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Rettung in der Zwangsversteigerung. Dieses Buch wird Ihnen Mut machen, den Kampf aufzunehmen. Und am Ende werden Sie der Sieger sein. Schauen Sie auch auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Neuigkeiten über die Zwangsversteigerung. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher